Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu den Produkten, die nur bei GOP erhältlich sind und sich durch überdurchschnittliche Leistungen auszeichnen, gehören seit einiger Zeit auch Blumen. Welche das sind, erkennt man auf einen Blick an die Etikette. FLIR GOP, mit ausführlichen Angaben, die über das spezielle Frischprodukt informieren. Wie alle Produkte mit der Auszeichnung Exklusivität GOP, unterstehen auch die Rosen strengste Qualitätsnormen. Die frisch geschnittenen Blumen müssen immer im kühlen Wasser mit Schnittblumennahrung transportiert werden. Bis zur Verkaufsstelle darf die FLIR GOP Kühlkette nie unterbrochen werden. Regelmässige Qualitätskontrollen und Untersuchungen auf Spritzmittelrückstände durch unsere Fachleute gehören ebenfalls zu den Vorschriften bei FLIR GOP. Dank diesen Massnahmen können wir die Haltbarkeit bei Ihnen zu Hause mindestens sechs Tage lang garantieren. Auch Blumen mit FLIR GOP Garantie sind aber für ein Minimum an Pflege dankbar. Vor mir stellen die Stille schräg anschneiden und darauf schauen, dass die Blätter nicht ins Wasser lampen. Die Schnittblumennahrung nicht vergessen. Das Wasser nicht wechseln, höchstens bei Bedarf nachzufüllen. Die Blumen haben nicht gern zu warm und auch keinen Durchzug und sie bevorzugen sie, wenn man sie zu Nacht eher kühl stellt. Dank der Haltbarkeitsgarantie von FLIR GOP und ihrer sachkundigen Pflege werden Sie von jetzt an also noch länger Freude an Ihren Blumen haben. Und damit auch das Kaufen noch mehr Freude macht und, weil am Samstag bereits Valentinstag ist, offerieren wir Ihnen Mosrosen und Tulpen schon morgen zum Freundschaftspreis. Fast so schön und dekorativ wie ein Blumenstrauss kann auch Knollenfenkel sein. Sie kommen Fenkel, das Wochenende günstiger rüber. Armin Amrain macht damit einen köstlichen Salat. Richtig! Und es geht so. Grüezi miteinander! Den Fenkel waschen, rösten und ein bisschen vom Kraut aufbewahren. Den Knollen halbieren und mit dem Gemüsehobel in dünne Streifen hobeln. Senf, Pfeffer, Paprika, Salz, Zitronensaft, Öpfelessig und Olivenöl verrühren. Und den Fenkel in dieser Soße mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Einen rotschaligen Öpfel in Würfel schneiden und sofort mit dem Fenkel mischen. Parmesan hobeln oder Stückchen abbrechen. Rohschinken in Streifen schneiden und Peterli fein hacken. Kurz vor dem Servieren den Parmesan, den Rohschinken und den Teil des Peterli mit dem Salat gut mischen und den restlichen Peterli drüber zu streuen. Der Salat eignet sich sehr gut als dekorative Vorspeise oder als leichte Halbmahlzeit. Ich wünsche euch jetzt schon so oder so viel Vergnügen. Weiter geht's mit dem Markenfenster und dem Spot von Knoppers. Am Morgen um halb 10 Uhr in der Schweiz. Ganz locker aus einem Timeout eine zu neunie Pause machen. Einmal so richtig durchhängen. Knoppers. Frisch und knusprig backen mit Milch, Vollkorn und Haselnüsse. Genau richtig. Am Morgen um halb 10 Uhr in der Schweiz. Knoppers. Der Knuschpotz neunie. Neuheiten kommen diesmal alle vom Arnie Confiseur. Das Kirschtangeli gibt es jetzt in einer Mini-Version. Unverkennbares Original. Halbdunkle Schokolade und randvoll mit aromatischem Kirsch. Einfach kleiner und genuss nach Mass. Mini Kirschtangeli von Arnie. Eigentlich sollte man immer zwei Beutel aufs Mahl nehmen. Auch die Praliné Sûch-Fain von Arnie gibt es jetzt im Beutel. Ein Ausfall von feinsten, hellen und dunklen Praliné. Für alle, die auch einmal an sich selber denken. Praliné Sûch-Fain von Arnie. Für sich selber oder wenn es muss sein, zum Weiterschenken. Die Arnie Napolitän sind in letzter Zeit immer beliebter geworden. Darum kann man es jetzt in 500g Beutel kaufen. Eine Mischung mit vielen Sorten, die besonders gut zum Kaffee passen. Und so günstig, dass man sie wirklich nicht verpassen sollte. Arnie Napolitän zu jedem Kaffee mindestens eins oder zwei. Woche für Woche können Sie bei uns viel Geld sparen, wenn Sie unsere Aktionen berücksichtigen. Hier ein paar Beispiele. Zwei Dosen Midi Ravioli Napolitana sind zwei Franken günstiger. Das hübsche Buket zum Valentinstag gibt es zum Freundschaftspreis von 14,90. Mit der Go Profit Plus Karte gibt es eine Schachtel Praliné Lint Eleganz, 4 Franken günstiger. Und eine Doppelpackung 3M-Diskette für Ihren PC. Zusammen mit einem Go-B-Color Film für brillante Farbfotten für 15 Franken. Denn Sie wissen ja, Go Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Auch bei der Go Bank, denn dort wird jetzt eine neue Bonusrunde eingeläutet. Neu offeriert Go Bank nicht nur den Go-Mitgliedern, sondern auch allen Inhaberinnen und Inhabern der Go Profit Plus Karte das beliebte Anlagekonto CM an. Bis Ende Jahr kommen Sie auf alle Neueinlagen einen zusätzlichen Bonus von 1% über. Ihr Geld wird also zu attraktiven 2,5% verzinst. Läuten Sie jetzt an auf Gratisnummer 0800, 55, 42, 77 und profitieren Sie von dem attraktiven Angebot. Telefone bei der Go Bank sind noch bis am 10 Uhr besetzt. Um Rosen und Tulpen mit frische Garantie ist es heute im Go-Studio hauptsächlich gegangen. Eine andere Exklusivität aus der Blumenabteilung, Sämereien mit Bio-Garantie, möchten wir Ihnen dann nächste Woche vorstellen. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020